Herzlich willkommen meine Damen und Herren, wir haben jetzt die Level 2 Spitzacke, also ich muss sie noch bauen. Oh, haben wir noch nie gesehen. Ups. So. Wir brauchen noch 2 davon. Hm. Ups, Seiler. Warten sie ja noch mal ganz kurz. Oh Gott, die müssen wir noch Spitzacke bauen. Zack. Okay. Oh yeah. Oh yeah, Baby. Ah, sie ist sogar schon nach unten. Ah, okay, wir brauchen dafür den Standard. Ich habe vergessen. Perfekt. Brauchen wir hier noch irgendwas? Hier nicht. Auch nicht. Hm. Okay. Zack. Okay. So, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt weiter. Jetzt können wir den Stein abbauen. Wo dieses Maschinensymbol dahinter war. Ich hoffe, es ist etwas Besonderes. Sonst bin ich enttäuscht. Ja. Ich habe ein Geldproblem. Ich habe immer noch große. Willst du dieses Loch? Ja, du schieße. Ich sehe kaum, dass das hier irgendwas verändert, wenn ich ehrlich bin. Okay, ich hau hier gegen irgendwas. Hm, ich will ja noch mal dagegen. Wir sehen, was vielleicht passiert. Wenn die erste Schicht durch Abgriff fällt. Das ist sehr enttäuschend, muss ich sagen. Das ist echt enttäuschend. Dann ist es die dann wieder. Hat es sogar gelohnt, weil jetzt kommen wir da hinten ran. Und es ist wieder ein versteckter Raum. Wir müssen uns erstmal alles wieder ausbuddeln hier. Ich will sogar tatsächlich hier gehen. Hier wird die Werkstattpunkte um 2 und die Belohnung für den Abschluss eines Auftrags auf 10 Prozent. Ich habe danach vorgehabt, die ersten Aufträge zu machen tatsächlich. Und jetzt? What is this? Ich sehe nichts mehr. Warte, stand gerade A drücken für irgendwas. Alles in Ordnung. Ah, ist doch ein verlassener Raum. Okay. Schon der zweite? Ja. Nicht schlecht. Lammenschlein hier. Ich sehe enttäuschende Räume hier. Ah, was ist das? Okay. Fläuschige Hase. Ein weicher Blushhase einfach zum Krillen. Es sieht sehr glücklich aus. Beim Platzieren im Haus werden zu sich Attribute aktiviert. Von in ganz meinen verlassenen Ruinen. Warum nicht, ne? Warum nicht? Naja. Egal. Wir haben jetzt immerhin das zweite Brückenstück fertig. Ist auch was. Immer mit so Stein. Das war ja ein Anfangs, ein Mittleres und ein Endteil. Und das Endteil war jetzt gleich wie das Anfangsteil. Ich hab mein Glas voll Dreck. Ich hab mein Glas voll Dreck. Lass uns unten hier mal kurz Platz machen. Was? Nein. Riecht nicht bauen. Kupferrohr. Hartholz dienen. Ja. Eigentlich nichts schweres tatsächlich. Ganz einfache Sachen. Kupferrohre. Ja. Das freu ich mich halt wieder. Da steht ein bisschen Kupfer. Harttholz dienen. Müsste ich halt erst wieder welche Farmen. Habe ich erst kurz natürlich verkauft, wenn mich das nicht täuscht. Oder? Ne. Harttholz. Was muss ich jetzt noch dienen machen, ne? Genau. I got it. Sieben Stück mache ich jetzt gerade. Wie brauche ich denn? Fünf. Dann lass uns schon mal das Teil hinbauen. Alles für diese kleine Insel dort. Du die. Also jeder normale Mensch könnte jetzt da rüberspringen. Wir sind ja nicht normal. Sam. Lass uns kämpfen. Shit, Alter. Scheiße. Warum ist die fünfundzwanzig? Ich... Okay. Ein Narain-Käfer. Ich will mir auch gerne mal einen töten. Das haben wir noch nie gemacht. So. Weil wir sie nie gemacht haben. So. So. Ein bisschen Holz sammeln. Die Harttholz. Die. Gut. Ich bin gespannt, dass wir dann da drüben kriegen. Nein. Nein. Scheiße. Bist wir nicht daraus eigentlich irgendwie Dünger machen können? Vielleicht geht das ja auch. Ich meine, warum soll es nicht gehen, ne? Da kann ich einfach die Scheiße dran halten. Lass das mal probieren. Tatsächlich. Das wird mir jetzt als New angezeigt. Das ist verwirrend. Was ist das denn? Ichslo jetzt. Wer ist das Pär 이 небă? Es ist deriles? Und das. Jetzt habe ich die Scheiße vergessen. Die Scheiße da. Das ist echt scheiße. Zip. Zan. Hm, nö. Geht tatsächlich nicht. Na gut. Wir legen uns jetzt wieder pennen. Weil dann haben wir die Brücke fertig. Ich hoffe es doch. Ich bin nicht so wahnsinnig. Ich werde jetzt jedes Mal meine Ausdauer leer machen. Weil ich ja nicht weiß, was ich jetzt nächstes machen muss. Heute ist der Tag der strahlenden Sonne. Yay. Stimmt, da hieß es nicht, dass dann Geschenke fallen gelassen werden. Oh ja, die Staubsauger dafür. Von 10 bis 14 Uhr. Okay. Okay. Ich habe noch Zeit. So. Easy. Kupferrohre bräuchten wir. Was bräuchten wir noch? Ich habe vergessen. Hardware steel. Äh. Jetzt habe ich eine CD in der Hand. Das. Ah, das war's schon. Okay. Bin schneller als ich dachte. Nein, passt. Heute ist der Tag der strahlende Sonne. Die Feierigkeit ist in 9 Uhr auf dem Peachplatz. Aber wir gehen. Danke für das Geschenk, das du vorbereitet hast. Komm nicht zu spät, sonst gibt es keine Geschenke für dich. Das ist ja irgendwie eine Drohung. Ja, ich brauche halt Geld. Soll die Puck gefährlich ist, werde ich dann Aufträge jedenfalls annehmen. Soll die hoffentlich irgendwie an Geld kommen. Ja. Hier sind Steinen. Schön, dass ich das irgendwo lagern kann. Kann ich nicht halten zum Sortieren. Ah, perfekt. Sehr gefällt mir das so schon. Wir werden jetzt versuchen, in einer Stunde runder zu rennen. Brückendeile zu platzieren, hochzurennen. Dann wird mir nicht zu spät kommen. Zack. Obwohl er um 9 Uhr sagt, müssen wir um 10 Uhr da sein. Das ist dieses typische, wie in der Schule. Es geht erst um 10 Uhr los. Alles war dann schon um 6 zu Fuß da sein. Ja, wir müssen uns noch kurz besprechen. Dann geht das 10 Minuten und dann sitzen wir nur noch rum und wartet. Das ist ein bisschen eine bessere Spitze. Okay. Na gut, wir haben jetzt jedenfalls die Brücke fertig. Ah, das sind schon die Luftballons. Mit den Geschenken. Ich komme. Ich will auch welche. Ich brauche noch zu lange. Wer ist eigentlich der Brustball? Tag der Brustball, son. Exzellente Arbeit. Geht ihr Geld? Ausgeschenken, aber jetzt hier sind der Bezahler. Boah, so viel Geld. 1800. Ich schenke. Verschwinde. Hau ab. Komm schon. Hat sie uns verhengelassen? Da kommt sie. Das große gehört mir. Oh, eine Angelroute. Komm schon. Steht mir am Weg, das ist ungefähr. Habe ich gerade an meinen eigenen Energiestandel draufgesammelt? Ich kann mir nicht angucken, von wem es ist. Dafür habe ich keine Zeit. Dafür sind die anderen zu gierig. Komm schon. Lass was fallen. Komm schon. Es lässt nichts fallen. Nein, das ist unfair. Blockiert mich alle. Hau ab, das ist mein Geschenk, dein dummes Kind. So kann ich die Leute nicht schubsen. Dann mal kurz ins Inventar gehen. Für kurz, dass wir wegschmeißen. Das ist noch ein Inventar, das habe ich mir ein Geschenk aufzuhaben. Schauen wir uns dann gleich an, was das ist. Ah Mist, ich bin zu langsam. Ich kriege nichts. Nein. Jetzt hat es voll. Okay. Ich schmeiß mal kurz ein paar Sachen weg. So. Ziegjährigen Menschen. So war's, oder? Ha, sind alles meine. Was sind alles meine. Wir lassen uns kurz gucken, was wir haben. Angelrote ist nicht schlecht. Hartholz. Das Übungsschwert. Ich habe jetzt ein besseres Schwertsag. 45 Angriffstärke. 30. Boah. Ich schmeiß mich das weg. Plus 6 Angriffstärke. Plus mehr aus. Schuhkästchen. Plus 17. Plus 12 Ausdauer. Das ist 3 Angriff. Nee. Essen ist nett. Wow. Essen ist nett. Ein paar Tränke, Buffs und so weiter. Wo ist denn Essen? Sehr viel Essen wird hier geschenkt. Irgendwie. Ach man. Als ob meine Winter voll ist. Oh. Soll ich wissen, dass es so viele Geschenke regnet. Komm weg. Scheiße hier. Ohne ist es sogar noch ein erhöhtes. Komm. Füllen sie sogar uns Inventarplatz jetzt. Zack. Wahrscheinlich wird es jetzt auch aufhören. Mist. Komm schon. Ich will Money. Ja. Halt ab. Gieriges Pack. Komm schon. Komm schon. Einmal sollte er noch fallen lassen. Bis wir jetzt nur hieß es noch. Ich verstehe es. Wenn wir uns nur aus der Stadt lotsen. Komm schon. Das Bronzeschirt ist echt ein geiles Geschenk. Oh. Okay, was haben wir denn noch so bekommen? Marmor. Multifunktionsmesse. Ein Klappenmesse mit verschiedenen Werkzeugen für verschiedene Dienste. Oder sechs Angriff. Äh. Das elf Angriff. Aha. Ähm. Bewegen. Ne. Das weg. Das rein. Das fünf Verteidigung würde ich lassen. Dann hätten wir Ausdauferteidigung im Angriff. Hm. Er ist noch mal sehr viel bekommen hier. Auch nicht schlecht. Oh, was ist das da? Buch voller Fotos in Erinnerung. Scheidensaal. Und dann würde ich sogar das rausnehmen und den Schal rein. So. Das Schwert ist jetzt richtig ledgered. Eine Angelroute. Eine Anfängerroute. Essen ohne Ende. Energiesteine haben wir drei. So. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. die, äh, die Steine abgeben. Äh, Steine sage ich schon, Kristall. Äh, 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 äh. Wir sind ja mit der Brücke fertig. Meine Berichtigung läuft noch ab heute. Probenfutter. Okay. Hm. Machen wir Gruppenfotos. Warum nicht? Am Tag. An, an so einem Tag. Kann man doch, äh, auch noch Fotos machen. Ah, jetzt haben wir sogar eine gute Chance, die Leute alle kennenzulernen, die wir nicht kennen. Hallo. Hallo. Nein. Was ist denn? Oh. Kenn ich? Oh, kenn ich dich schon? Ja. Passagier. Gerne Name. Okay. Okay. Fünf gewinnt. Bekehrer. Fünf gewinn, Brett. Mach jede Runde deinen Zug bei Äguita-Schnittpunkten. Jeder Spieler macht einen Zug pro Runde. Schwarz fängt an. Wenn fünf Teile deiner gleichen Farbe nacheinander Horizontal-Vertikalt-Digional auf einer gerade Linie ausgerichtet sind, befindet dieser Spieler. Und das Spiel endet. Okay. Ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Und somit auf Wiedersehen. Ich würde sagen, das ist eine gute Chance, das ist eine gute Chance, das ist eine gute Chance.